und heute gibt es trinke nicht das falsche mystery getränk teil zwei leute und jetzt schon mal wenn ihr einen dritten teil davon wollt knallt 50.000 likes auf das video da kommt der dritte teil jetzt liken wir den dritten teil kommt wie funktioniert das ganze noch mal für die neuen zuschauer und zwar einer von uns dreht sich um während der andere zwei getränke vorbereitet auf einer seite ein gutes und auf einer seite ein schlechtes derjenige der dran ist sieht von hier nicht was er da für ein getränk hat und man muss sich dann eins aussuchen ja auf einer seite hat man die chance auf ein gutes getränk oder was ganz ekelhaft ist kann in jeder runde könnte man theoretisch glück haben aber man kann auch in jeder runde pech haben und jeder muss eine runde machen ja jeder wird eine runde durchlaufen es gibt sechs runden der gewinner kann vorbereiten schnack 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 dreh dich um ich hol die getränke bis gleich so mein freund erste runde die getränke sind am start leute einmal haben wir hier das getränk und das hier so wir fangen an mit dem bitte einmal ohren zu halten und du hörst wo ich was hin mache du darfst dich umdrehen muss man den monitor umklappen hier mit dem man nicht sieht und jetzt darfst du oh man oh man was sehr eklig ist deiner meinung nach wir haben nur eklige sachen aber das ist so eine ich sag mal die harmloseste sache glaube ich die wir haben von den ekelhaft alles klar es wird danach nur ekelhafter ich wähle diese seite hier ok dann nimm mal einen schluck mein freund ja mann und schlucken ne ist lecker ja du hast glück alter schmeckt es nicht? warte warte ich muss ja auch raten es ist Kokos Pistazienmüllermilch boah Pistazienmüllermilch alter krass dreck mir mal gönn hier das andere wäre Wurstwasser so riecht salz, äh boah manche riecht hier ab ok ok jetzt bin dran so dann tauschen wir mal die nummer hier um ok bist du ready? bin ready und ja nicht irritieren lassen hier ist jetzt so oder so eine Milch drin also ja normal alles könnte drin sein beiden Seiten dran ich bleib trotzdem hier ich denk du blufst hier rum und hast nichts gemacht nächstes mal sag ich nix aber gönn dir einen schluck ey darfst du umentscheiden ja boah ich hatte so angst grad ne das krasse man hat das im monto du denkst du was ist der geschmack man kann das erstmal nicht identifizieren und dann auf einmal weil die angst noch gut ja weil die angst zu stark geworden boah nice erste runde beide glück ok erste runde beide schnuck gewinnen bereitet vor schnick schnack schnuck schon wieder gewonnen dreh dich um Ohren zu halten bitte yes leute 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 wir haben einmal hier das und das fangen an mit dem ok hier muss noch ein bisschen wasser gleich rein aber machen wir erstmal das hier alles klar du darfst dich umdrehen ok ok oh man welchen er war du darfst entscheiden mein Freund ich wähle folgende Seite und zwar sagen meine Kräfte diesmal die Seite ok du darfst sie gönnen mal schauen ob sie es gönnen ist oder nicht oh mein Gott Glück gehabt man ja boah du weißt nicht was das ist alter das ist Alter Thunfischwasser das ist mein Antrop ok du darfst dich umdrehen ok eben hast du nicht getauscht ne das heißt wer weiß vielleicht hast du jetzt wieder geblufft ich will den schweigen ich nehme diesen ok dann auf einen kräftigen Schluck schnick schnack schnack wo ist er richtig geschnuckt Alter oh mein Gott dritte Runde oder was ja man halbzeit schnick schnack 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 wieder gewonnen. Ich darf wieder vorbereiten. Dreh dich um. Diesmal wirst du kein Geld haben. Leute, wir haben hier was ganz, ganz, ganz Spezielles. Und zwar das hier. Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Und das hier. Fangen wir an damit. Oh mein Gott. Ach du Heilige. So, sie dürfen sich umdrehen. Okay, Mann. Einfach mal die Seite. Okay. Dann gönnen wir. Was war das? Dickflüssig. Gänsefett. Du darfst es umdrehen. Kleiner Blöffer, Alter. Du hast gar nichts gemacht, oder? Du hast gar nichts gemacht, oder? Hast du auf die Ohren zugehalten? Ja. Ich habe irgendwas gehört, aber es war zu kurz. Ich weiß nicht, ob du so schnell warst. Wo war jetzt überhaupt noch mal was? Ich nehme den. Okay. Geiler Eiscafé, wa? Mann. Ey, wir machen in der Regel jeder tut jetzt Airpods in sein Ohr. Damit man absolut nichts hört. Und hört Musik? Ja. Okay. Ich glaube, manchmal hört man doch noch was. Okay, machen wir so, ja. Und noch schöne Grüße an Sarah. Und Benni, Fitti. Bäm. Ihr habt die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch voll gegrüßt wollt, müsst ihr uns einfach nur auf Instagram folgen. Einmal Marfit und Calvin Fitti. Dort unter dem letzten Bild hashtag Glocke aktiv kommentieren. Und dann habt ihr die Chance, hier eingeblendet zu werden. Deswegen viel Glück. Folgt uns und kommentiert. Vierte Runde jetzt, ne? Vierte Runde. Schnick. Schnick. Schnack. Schnuck. Endlich. Ich vorbereite jetzt hier. Und? Jetzt? Airpods. Airpods. Dina Calvin, her damit. James, komm. Airpods in mein Ohr hier einmal. So, mach Musik an. Ich mach an. Okay. Okay, kannst machen. Lecker, Leute. Okay, Leute, wir haben jetzt hier. Anders? Nee, nee. So, Leute, wir haben hier einmal leckere. Und hier ekelhafte. Guck mir, das riecht, Mann. Was gibt's alles für Getränke, Mann? Du darfst nicht umdrehen. Marvin, umdrehen. Du musst dich antippen, Mann. Das ist mir gar nix. Warte, ich schieb noch kurz durch, damit du auch gar nix seist. Kein Knüpflecker, wa? Das hab ich nichts mehr gehört. Kann sich verspekulieren. Ich nimm einfach hier den. Alles klar. Und ein kräftiges Schluck, ne? Pfff. Das ist Hühnerbrühe, Marvin. Leckere. Ah, kann man das überhaupt trinken? Die überall hier verteilt auf dem Boden jetzt ist. Danke dafür. Ey, allein für die Reaktion nochmal einen kräftigen Daumen hoch. Pah. Alles verfolgt. Du bist dran. Hörere rein. Hörere rein. Musik an. Oh, du darfst dich schnell. Du darfst dich umdrehen. Ich ging jetzt schnell. Hast du geblüfft? Oder nicht? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Nein, ey. Ich bin der Brühe. Das kann ich mir jetzt gar nicht entgehen, ey. Auf jeden Fall Hammer. Sehr zu empfehlen. Du hast gemerkt, an deiner Reaktion, dem Tisch war es zu empfehlen. Das ist ja alles ausgelaufen bei dir, ne? Bleib hier, Mann. Okay. Ja, das ist leckere, Mann. Was war das? Cola. Mmh, Cola. Ey, man ist so panisch. Ja, man, man denkt sich. Es schmeckt, aber du weißt nicht, was es ist. Man ist so panisch. Ja. Okay, next. Fünfte Runde. Schnick, schnack, schnuck. Wer vorbereiten darf. Schnick, schnack, schnuck. Bam. Umdrehen, Lussack. So, Leute. Wir haben hier einmal einen Smoothie. Und dann haben wir hier, ich egelhaft, Peperoni. Heißt, schön, Peperoni. Wasser. Das kommt jetzt hier rein. Und du darfst dich umdrehen. Oh, die Musik extra ausgemacht. Die Musik hat gerade gestoppt. Das riecht scharf. Oh, du riechst was scharfes? Interessant. Das riecht in die Nase gerade. Leute, jetzt wisst ihr, dass es sehr scharf ist. Okay, 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 okay. In Ordnung. Ist gebongt. Einen harten Zug. Was ist das? Smoothie. Boah. Das war gerade ganz komisch erst. Also wie so Kürbis oder so. Dickflüssig hast du gedacht, Schmiede. Okay, du bist... Oh mein Gott, nein. Lass uns einfach Zeit jetzt. Ich klimper ein bisschen rum. Denk, dass ich hab die geswitcht. So, ich mach jetzt die Musik auf. Und sie dürfen. Okay, sie dürfen. Die Seite nehme ich. Alles klar, dann gönn dir. Bitte nicht, bitte nicht. Geh los drauf. Trink jetzt. Ein Schluck einfach kräftig wegziehen. Fertig. Ist das scharf? Ja. War, Junge. Ganz am Boden voll, Alter. Letzte Runde. Letzte Runde. Schick, schnack, schnack. Bam. Einmal umdrehen. So, Leute. Jetzt haben wir hier einmal ein Malzbier. Und rote Beete. Bam. Boah. Das ist so ein starker penetranter Geruch. Ist zwar gesund, aber saueklig. Und du darfst dich umdrehen. Musik aus. Ich nehme den. Okay. Das ist selbstbewusst. Dann gönn ich dir jetzt ein selbstbewusstes Geschmackserlebnis. Mit rote Beete. Boah, das schmeckt wie Gurkenwasser. Echt? Ja, Mann. Nächstes mal, Albi. Innerliere. Sie dürfen. Sie dürfen. Entscheiden Sie weiß. Wie geht das Ende für mich aus? Mit einem Geschmackserlebnis oder mit einem ekeligen Geschmack? Du entscheidest allein. Hast du geblufft? Wie dein Ende bereitet wird. Hast du geblufft oder nicht? Das ist die Frage. Ja, weiß das schon. Alter, ich bin der in dir. Alles klar. Ey, fetten Zug. Ey, schluck mal. Oh. What?